Ja, willkommen heute in der Halle 404, dem Magazin für die Kreativen, auch hier in Frankfurt. Und mir gegenüber sitzt heute der Urs Spörri. Und Urs Spörri ist ein sehr interessanter Mensch, der zum Beispiel dieses wunderbare Autokino hier ins Leben gerufen hat. Ich lese hier einen Festival-Namen, nämlich Heimat Europa Filmfestspiele. Ja, vielleicht beschreibst du jetzt mal ganz kurz, was das ist. Erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Axel. Es freut mich sehr, als einer der Ersten hier dabei sein zu dürfen. Ist ein tolles Format, was ihr hier habt. Ja, das, was ich jetzt mache, ich bin kein Autokinomacher gewesen vor Corona. Das ist natürlich ein Phänomen, was jetzt aufgekommen ist. Und wir haben, ich bin Festivalmacher hauptsächlich, das heißt, ich hatte in Simmern, im Hunsrück, in der Heimat von Edgar Reitz, den Auftrag, ein Filmfestival aufzubauen, das quasi sein Lebenswerk, die berühmte Heimatsaga, aufgreift und dann so ein bisschen den europäischen Heimatfilm-Gedanken dann eben untersucht. Also sprich, eben nicht Heimatfilm, wie er in den 50ern war, sondern ja, wie werden heute Filme in der Provinz erzählt über den Heimatbegriff und alles Mögliche. Das ist uns jetzt einmal komplett zerschossen worden und hätte eigentlich schön mit ganz vielen Open Airs, in wundervollster Natur, an tollsten Orten stattfinden sollen. Jetzt haben wir gesagt, das lassen wir alles dieses Jahr sein. Verschieben es auf 2021 und machen stattdessen aber das erste Filmfestival in Deutschland, das jetzt wieder im echten Leben stattfindet. Und zwar Autokino. Es stehen mitten im Ort vor dem Rathaus 200 Autos, davor 350 Sitzplätze und einen Monat lang, jeden Tag, von Montag bis Sonntag, haben wir Programmen mit Live-Konzerten, mit Filmen, mit Filmemachern, die zu uns kommen und einem natürlich darauf angepassten Programm. Und wir freuen uns sehr, dass das jetzt möglich ist und mal gucken, wohin das weitergeht mit dem Autokino. Also es klingt auf jeden Fall schon mal super spannend. Was hast du denn für Filme da im Angebot? So darf man es ja ruhig sagen, ja? Also das Herzstück ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb, da gibt es auch einen Preis natürlich. Und zwar haben wir keinen Oscar, sondern einen Edgar, den wir verleihen. Der Edgar, natürlich benannt nach Edgar Reitz, für den besten modernen Heimatfilm. Der wird vergeben von einer Ein-Personen-Jury, das ist in dem Fall Katja Riemann, die sich bereit erklärt hat, die Filme anzuschauen. Und ja, diese Filme sind dieses Jahr allesamt aus Deutschland, die im Wettbewerb konkurrieren. Wie gesagt, eigentlich europäischer Gedanke. Dieses Jahr, ich will halt die Filmemacher da haben, deswegen nur die Deutschen zunächst. Und ja, zum Beispiel mein Eröffnungsfilm ist ein Paradestück dafür, wie sich Filme auch in solchen Ausnahmesituationen verändern können. Also dieser Film, ich sage ganz gerne, er ist im Januar ein Science-Fiction-Film gewesen, bei seiner Premiere bei Max-Ophuls-Preis. Und jetzt im August ist er ein Heimatfilm. Und man kann sich zu Recht fragen, warum. Der Film heißt Live, ist von Lisa Charlotte Friederich, Schauspielerin und Regisseurin hier aus Frankfurt. Und der Film spielt in einem Deutschland der Gegenwart, in dem es Kontaktverbote gibt, die Versammlungsfreiheit aufgehoben ist und kulturelle Ereignisse wie Live-Konzerte nicht mehr stattfinden können. Und ein junges Geschwisterpaar entscheidet sich, ein illegales Live-Konzert zu veranstalten. Und da fragt man sich natürlich, wie geht das? Die haben das vor vier Jahren geschrieben. Also wirklich hellseherische Fähigkeiten. Anlass damals war, nach dem Anschlag von Bataclan, was könnte im schlimmsten Falle passieren, wenn der Terror jetzt so Überhand nimmt. Und vor deren Augen ist dieser Film quasi Realität geworden. Und ja, das ist für mich eben auch Heimatfilm dann in diesem Fall. Weil er zeigt uns eine Situation im Kleinen, anhand dieses Konzertes und dieser Familie. Und zwar eine große gesellschaftliche Situation, die anders erzählt wird als beim normalen Film, den man vielleicht, der zu 80 Prozent in Berlin spielt oder so, sonst zu sehen bekäme. Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ansonsten die Bandbreite geht von Karl Schlag, der die Hofer Filmtage gewonnen hatte, so ein bisschen als das Fargo von Mecklenburg-Vorpommern gilt, bis hin zu doch auch etablierten Filmen, wie Es gilt das gesprochene Wort, der in München die Sektion Neues Deutsches Kino auf dem Filmfest eröffnet hatte. Oder Caroline Link ist dabei mit, als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Also alles auch Filme, die schon durchaus gestartet waren, aber jetzt so kurz vor Corona auch nicht so ausgewertet werden konnten, wie sie es gerne getan hätten. Und das ist die eine Reihe. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Wir haben Zeit. Ich höre mir das alles gerne an, klar? Genau. Ich halte mal ganz kurz an, weil es ist sehr interessant. Ich habe eine Frage und zwar, wie wählst du deine Filme aus? Gut, jetzt Corona-Zeit ist natürlich wieder eine spezielle Anforderung. Klar, man kann nicht alles machen, hast du ja eben schon gesagt. Jetzt typisch deutsch oder deutsche Filme, damit man auch die Chance hat, dass die Leute, die den gemacht haben, das sie dann auch präsentieren können. Aber wenn jetzt das, ich sage mal, dieses halt nicht wäre, wie wählst du deine Filme aus für so ein Festival? Also jetzt für dieses Festival ist es tatsächlich so, wir sind kein Premierenfestival. Also geht meine normale Vorgehensweise so, ich fahre auf die Premierenfestivals, gucke mir da alles an, was für mich in Frage kommt und spreche dann bereits die Filmemacher, Produzenten, Regisseure, wie auch immer an. Das ist so die übliche Vorgehensweise. Wäre ich jetzt etwas exklusiver, müsste also die Filme früher haben, dann würde man natürlich auch ein Einreichverfahren noch zusätzlich haben, wo die Produzenten eben die Filme an einen schicken und man hat dann eine große Sichtungsmaschinerie. Das ist zum Beispiel hier auch bei den Kurzfilmfestivals gang und gäbe. Ich denke mal, ich werde da bestimmt auch mal jemanden hier aus der Region dabei haben. Also da gibt es dann tausende Kurzfilme zu sichten und die kommen natürlich dann über Online-Plattformen oder als freiwillige Einreichungen direkt zu den Leuten. Ja, ist ein spannendes Verfahren, weil man hat natürlich auch unterschiedliche Kriterien für jedes Festival, für das man arbeitet. Und hier in dem Fall geht es mir natürlich darum, ein Programm dieses Jahr zu machen. Es kann keiner wegfahren, also alle machen Urlaub zu Hause. Man will möglichst allen etwas bieten. Das heißt, ich habe eine Zielgruppe und zwar alle. Das ist aber im Grunde keine Zielgruppe und das macht die Sache so ein bisschen schwierig. Und dann versucht man eben, das für alle auch zu schaffen. Das ist außergewöhnlich, das ist ein Einzelfall. Das machen wir so auch sonst nicht, sondern man weiß genau, du hast in etwa dieses Publikum vor dir, was du erreichen möchtest. Ja, wie gesagt, das passiert viel gerade momentan. Wie siehst du denn die Festival-Welt in Zukunft? Also ich meine, klar, man hat jetzt diese Auflagen. Kann man da überhaupt eine Prognose schon abgeben oder ist das alles offen? Also es ist nicht nur eine Prognose. Es ist alles offen, sogar schon für die Herbstfestivals. Also die, die stattfinden, machen ja meistens ein abgespecktes Programm oder machen eine Mischung aus Online- und Live-Publikum. Da ist dann auch die Frage, machst du das jetzt dann vor Ort eher für die Einheimischen, sage ich jetzt mal, und Online eher für die Branche? Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Die Branche muss ja sehen und gesehen werden. Und da gibt es ja auch viele Weiterentwicklungen, die immer bei diesen Treffen dann passieren. Netzwerken ist ja ein ganz wichtiges Thema bei so Filmfestivals. Ja, und das fängt jetzt mit in Deutschland, Hofer Filmtage, sage ich mal, an. Die werden sich auch überlegen müssen, was machen die jetzt? Werden wir so in der Form stattfinden? Max Ofelspreis im Januar. Jetzt das erste Festival, das noch ein bisschen größer ist, das auch stattfindet, ist das Fünf-Seen-Festival am Starnberger See. Das findet auch meines Wissens weitgehend normal jetzt statt, aber die haben halt auch, genauso wie wir, das Glück in Anführungszeichen, dass wir gerade eine Corona-gelockerte Zeit haben, wo wahrscheinlich die besten Voraussetzungen sind. Und wir hoffen natürlich, dass es so bleibt. Aber wir müssen alle davon ausgehen, dass natürlich die Situation in den Kinosälen im Winter natürlich nochmal erschwert wird. Und deswegen, also auch die Berlinale hat jetzt ja gerade gemeldet, der eine Hauptsponsor ist schon wieder abgesprungen. Dementsprechend, es ist ja nicht nur das, wie Festivals an sich jetzt mit oder ohne Publikum stattfinden können, sondern auch die, die sonst Kultur finanziert haben, leiden darunter. Und ja, also für uns war das natürlich auch ein Riesending. Wir sind ein relativ neues Festival und alle Sponsoren haben natürlich da selber dran zu knapsen gehabt. Und ich bin in dem Fall sehr, sehr froh, dass wir da Partner jetzt hatten, die gesagt haben, wir bleiben trotzdem an eurer Seite. Also es hätte anders laufen können. Gibt es eine staatliche Förderung für sowas? Also für Kultur im weitesten Sinne? Naja gut, klar. Also man kann natürlich das versuchen, dass man eben wie wir das Land Rheinland-Pfalz mit reinnimmt. Wir sind Teil des Kultursommers Rheinland-Pfalz, der eben immer zwischen Mai und Oktober stattfindet und gezielt solche besonderen Veranstaltungen auch in der Fläche fördert. Wir haben natürlich kommunale Mittel dabei. Also man kann die Stadt, Verbandsgemeinden, Kreis, was auch immer da mit einbeziehen. Bundesmittel ist ein bisschen schwieriger zu kriegen. Dafür muss man dann schon eines der großen Festivals sein. Also die Berlinale natürlich ist sogar eine vom Bund veranstaltete Geschichte. Deswegen wurde ja auch der Auswahlprozess der neuen Leiter von Monika Grütters ja auch begleitet. Was ist für dich, um mal bei den Festivals zu bleiben, was ist für dich ein Kriterium für ein gutes Festival? Mit so in kurzen Sätzen. Ein richtig gutes Festival schafft es bei mir, einen richtigen Sog zu erzeugen. Dass ich nichts anderes erlebe, als ich will so schnell wie möglich in den nächsten Filmen. Ich will so viel wie möglich am Tag gucken, erleben. Am besten gar nichts vorher wissen von den Filmen. Vielleicht den Titel und das Land. So, das reicht mir dann schon. Und ich lasse mich da voll drauf ein. Für mich ist das wie eine Weltreise im Inneren, weil du guckst dir Sachen an, die du sonst nie sehen würdest. Und dann noch dazu, das ist halt der zweite essentielle Punkt, der Austausch, die Begegnung. Kino ist ein gesellschaftlicher Ort, aber er ist es vor allen Dingen bei den Filmfestivals. Dort sind die Macher im Gespräch mit dem Publikum. Und das ist der zentrale Unterschied. Und das ist auch der Punkt, ich hätte mein Festival niemals online gemacht, weil mir und auch Edgar Reitz als Schirmherr geht es um genau das. Wir müssen das für die Kinos weiterleben lassen. Nur so hat Kino überhaupt eine Perspektive. Und deswegen ist es halt auch teilweise bei allen wunderschönen Entwicklungen, die es gibt jetzt in diesem Online-Zeitalter durch Corona, die Sorge von mir, dass da vielleicht auch was kaputt gemacht werden könnte, was uns von diesem Kino-Gefühl wieder entfernt. Und es ist legitim, natürlich jetzt über andere Wege nachzudenken, aber man muss da immer mit überlegen, kriegen wir das Publikum auch wieder zurück in diese Säle. Seit wann gibt es denn diese Festivalkultur in Deutschland? Naja, also es gab die schon von den Alliierten, kurz nach dem Krieg, sag ich mal, in den 50ern ging das los. Die ersten waren die Berlinale, Mannheim-Heidelberg als eines der Festivals. Auch sehr früh war Oberhausen schon dabei mit den Kurzfilm-Tagen. Es gab einige andere noch. Also das fing natürlich an eben mit der, ich sag mal, mit dem Interesse der Amerikaner, vor allen Dingen natürlich diese Filmkultur auch ein bisschen als eine Art Umerziehung mit reinzubringen in die Bundesrepublik. Und das hat natürlich schnell in eine andere Richtung sich entwickelt, dass man halt diese Stars, diesen Glanz und Glamour sehr, sehr liebte. Und das funktionierte dann so gut, dass das eine Zeit lang eine bestimmte Anzahl von fest etablierten Festivals gab. Und dann mit der Digitalisierung kam der große Hype. Inzwischen haben wir, glaube ich, es gibt eine Studie, die sagt 800 Filmfestivals in Deutschland. Müssen wir mal gucken, was ist eigentlich dann schon ein Festival, was ist vielleicht nur eine Zusammenstellung von thematischen Filmen. Aber trotzdem, ich würde mal sagen, jede Kreisstadt hat ihr eigenes Filmfestival. Und das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es gut, weil es bringt Leute dazu, ins Kino zu gehen, die sonst vielleicht gar nicht mehr ins Kino gehen. Einfach nur, weil es etwas Besonderes zusätzlich bietet, was du zu Hause vom Fernsehen nicht geboten bekommst. Ja, also ich sehe es genauso. Jetzt, wie gesagt, um einen halben Schritt zurückzugehen. Es ist, was du ganz vorhin gesagt hast, es ist sehr faszinierend. Und tatsächlich, ich habe die Berlinale auch schon öfter besucht, man wird ja zu so einem Filmjunkie in dem Moment. Man springt also von Film zu Film, guckt sich tatsächlich Sachen an, die man sich normalerweise nie angucken würde und ist dann begeistert von. Also man nimmt da wirklich sehr, sehr viel mit von. Und man ist tatsächlich in dieser Welt, also ich habe an zwei, drei Tagen auch, keine Ahnung, 30 Filme gesehen oder so und irgendwann so einen Kopf gehabt. Das ist schon sehr faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr normaler Mensch hat das vielleicht im Flugzeug, auf einem Langstreckenflug. Wenn man nichts anderes tun kann, als auf dem kleinen Monitor vor sich die 5.000 Filme, die da zur Auswahl sind, durchzuklicken und zu überlegen. Man ertappt sich da oft dabei, dass man dann den ganzen Flug über nichts anderes getan hat, als fünf Filme sich anzuschauen. Selbes Prinzip. Inwiefern unterscheiden sich dann, ich bleibe mal ein bisschen bei den Filmfestivals, weil das interessiert mich jetzt auch wirklich so als Thema an sich. Inwiefern unterscheiden sich denn das deutsche Festival zu den amerikanischen Festivals? Gibt es da überhaupt eine Unterscheidung oder sind die irgendwie weltweit, ist das eine Community, eine Festival-Community, die irgendwie alle gleich ticken? Und da sieht man dann schon länderkoloritspezifische Sachen. Also die Amis ein bisschen mehr Glamour und Stars, selbst im Independent-Bereich. Und die Deutschen holen sich immer die Amerikaner rüber. Also sehe ich mir die Berlinale an, dann holt man sich die Amis und dann wird nur auf die Amis geguckt. Aber wir machen ja auch tolle Filme. Also wie ist so ein bisschen die Unterschiedlichkeit der Festivals? Ich muss dazu sagen, dass mein Spezialgebiet wirklich die deutschen Filmfestivals sind. Also ich fahre fast nie auf Festivals im Ausland, weil ich es auch zeitlich gar nicht schaffe. Allein aufgrund der Anzahl der Festivals, habe ich ja schon gesagt, ist das wahnsinnig schwer, auch da schon eine Auswahl zu treffen. Diese anderen Festivals, ich würde sagen, USA ist nochmal ein eigenes Pflaster auf jeden Fall. Aber auch dort gibt es sowas wie South by Southwest, das ist ein absolutes Independent-Festival, wo man wirklich merkt, wow, also das unterscheidet sich inhaltlich vermutlich nicht so stark von dem, was man in Europa kennt. Aber dort gibt es natürlich genauso auch diese großen Festivals, die dann natürlich ganz anders daherkommen, als wenn man in Deutschland die winterliche Publikumsberlinale hat. Da ist natürlich eher was auch für die Insider, für die Branche gedacht. Wobei, das hat man auch schon in Cannes eher. Also insofern, da würde ich jetzt nicht so eine länderspezifische Sache machen. Ein Film ist ohnehin eigentlich sehr wenig national vom Gefühl her, für mich zumindest. Sondern ich sehe es dann eher so in so thematischen Zusammenhängen. Das ist eine kreative Community sozusagen, die sich da findet. Ja, und es gibt halt Themenfestivals. Das ist dann nochmal der Unterschied, sowas wie jetzt bei mir natürlich, wenn der Heimatbegriff in irgendeiner Weise das Zentrum ist, dann wird jeder Film damit irgendwie was zu tun haben müssen. Klar, außer ich mache jetzt irgendwelche Sonderreihen, die man irgendwie begründet. Aber es gibt Festivals, die zeigen halt quasi, weil sie Premierenfestivals sind, alles. Und das ist eben die Berlinale dann auch, wo dann die besten Filme, die zu dem Zeitpunkt verfügbar sind, in Konkurrenz zu den Nachfolgefestivals. Man streitet sich dann mit Cannes und vielen anderen, wer geht da hin, wer geht hier hin und so. Wer ist vorher schon in Sundance gelaufen, in Toronto gelaufen. Da streitet man sich eben um die Festivals der jeweiligen Saison. Was macht für dich einen guten Film aus? Ein guter Film bleibt bei mir hängen. Also ich sage immer, ich kann ihn super finden und ich kann ihn furchtbar finden. Lieber regt er mich auf, als dass er mich langweilt. Ein Film, der mich langweilt, den vergesse ich auch schnell wieder. Was auch gut ist, sonst wäre mein Kopf wahrscheinlich schon geplatzt. Und nee, also ich mag Filme, die gerne irgendwas auslösen in mir. Thorsten Schaumann, der die Hofer Filmtage leitet zum Beispiel, hat gesagt, er sagt, filmen immer nach vier, fünf Tagen auch schon zu, wenn die in ihm so weit gegärt haben, dass er die nicht los wird nach der Sichtung. Und das beschreibt es ganz gut, finde ich. Weil wenn das in einem selber so ist, obwohl man so viel guckt, dann funktioniert das beim Publikum höchstwahrscheinlich auch. Siehst du denn in Deutschland, dass die Firmen besser werden, dass die stärker werden, dass die intensiver werden? Kann man das so sagen? Naja, aber das ist ja immer die Frage, was man unter stärker, besser, intensiver empfindet als vorher. Also ich bin der Meinung, dass das deutsche Kino seit mindestens zehn Jahren deutlich an Qualität gewonnen hat schon. Ich bin ja auch jemand, der sich da ganz viel in diesem Bereich bewegt, auch eigene Veranstaltungsreihen gemacht hat im Filmmuseum in Frankfurt. Woran liegt das ganz kurz? Warum sagst du zehn Jahre? Woran könnte es liegen? Ist es die Optik? Ist es die Art der Machart? Sind es intensive Geschichten? Also in welche Richtung geht das? Nee, auch da das Thema Digitalisierung, ehrlich gesagt. Film ist demokratischer geworden. Sprich, es ist nicht mehr nötig, die ganz großen Mittel zu brauchen, sage ich jetzt mal, um einen Film wirklich fertigstellen zu können. Sondern man kann mit relativ leichten Kameras tolle Effekte erzielen. Und damit meine ich jetzt wirklich klassisch aussehen. Das ermöglicht gerade auch in dem Debütbereich, erste, zweite Filme, da rede ich noch nicht mal von Filmhochschule, sondern auch wirklich einen Quereinsteiger in die Möglichkeit, richtig tolle Sachen hinzulegen. Und dadurch entstehen natürlich mehr Filme. Und da hätte man jetzt vermuten können, vielleicht sinkt die Qualität. Aber ich bin gerade der Meinung, das Gegenteil ist der Fall. Die Filme, die oft ohne diese großen Einfluss nehmenden Bereiche, wie Fernsehen vor allen Dingen durch Redakteure, wo ich auch nicht überall den Kampf stellen will, und Verleiher, die schon von Anfang an dabei sind, da eine ganz andere Freiheit haben, sich viel mehr ausprobieren. Ich war ein großer Fan, zum Beispiel auch von der German Mumblecore-Bewegung. Das sind improvisierte Filme gewesen, auch aus so einer Not heraus entstand, dass die nicht die Gelder für ihre eigentlichen Projekte bekommen haben. Und da war eine Energie und Explosivität drin, die nur funktioniert hat, weil sie sofort umgesetzt werden konnten. Während ansonsten Filmförderung, sonstige Finanzierungsprobleme, dann Sendergewinnung, dann Umschreiben der Fassungen, bis alle Beteiligten zufrieden sind. Du hast zwei, drei Jahre locker manchmal, bis du einen Film beginnst. Und das ist das, was man den Film auch manchmal anmerkt. Und deswegen hat das Digitale, obwohl ich natürlich ein Fan des Analogen bin eigentlich, dem Film in Deutschland sehr, sehr gut getan. Ist es vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir jetzt tatsächlich auch mehr Filmschulen haben, dass, ich sage mal, junge Leute, die in dem Bereich tätig sind, dass sie halt auch tatsächlich jetzt mehr Möglichkeiten haben, da den Beruf zu erlernen sozusagen. Weil früher gab es ja nur ein paar Filmschulen. Von früher rede ich jetzt von den 90ern. Sondern in den letzten, ich sage mal, gerade in den letzten 10, 15 Jahren ist ja doch einiges entstanden, auch an Lehrgängen, an Ausbildungen, die man machen kann. Ist es dem auch vielleicht ein bisschen geschuldet, dass die Filme besser werden? Die Filmhochschulen haben eine Top-Qualität, das ist keine Frage. Das Problem ist dann eher, dann haben wir top ausgebildete Regisseure, die durch ein ganz enges Nadelöhr müssen. Und die Leute bekommen da ja schon direkt vom ersten Tag an gesagt, von euch 20, die jetzt hier sind, schafft es vielleicht einer oder eine. Auf was bezieht sich das Schaffen? Dass ihr damit Geld verdienen könnt. Und das ist halt das andere Bittere, dass man eben das für die Kunst tut. Deswegen auch gerade die jungen ersten, zweiten Filme, die sind eben noch mit dem Herzblut und Enthusiasmus. Man hat noch die Kunst ausschließlich als Ziel, aber dann fängt man an, man muss auch eine Familie ernähren. Man hat vielleicht auch mal andere Ziele noch im Leben, als die ganze Zeit nur auf studentischem Level zu leben und sich und vor allen Dingen auch die anderen Mitwirkenden auszubeuten. Und so ist das natürlich dann ein Problem. Und in das große Profibecken sozusagen kommen halt nur wenige rein, die es in dem Nachwuchsbecken eigentlich sogar mit großem Erfolg geschafft haben. Also da gibt es Fälle, da kann man sich nur fragen, warum konnte das passieren? Also mein Lieblingsbeispiel ist der Regisseur von Schulze Gets the Blues, ein ganz wunderbarer Film Anfang der Nullerjahre. Der hatte in Venedig einen Preis gewonnen mit diesem Film. Das war sein Debütfilm. Der konnte noch seinen zweiten Film realisieren. Da haben dann aber schon so viele Leute mit reingeredet, dass da ganz vieles nicht mehr gut war. Das war ein ziemlicher Flop dann, ehrlich gesagt. Und zwar auch zu Recht. Und der hat seitdem nie wieder einen Film gemacht. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich meine, wir haben jetzt nicht unbegrenzt solche Regisseure, die einen Venedig einen Preis gewinnen können. Ja, und ich behaupte aber, wir hätten schon noch mehr Leute, die das verdient hätten, sich auch mal auszuprobieren. All die großen Leute, die wir so haben in der Vergangenheit, von denen wir heute sagen, das sind Vorbilder, die wir uns gerne anschauen. Ja, die hatten ihre ersten großen Erfolge oftmals nach dem siebten Film. Ist es ein bisschen den Plattformen geschuldet? Also sprich, dass man sagt, gut, es ist halt schwer, bei den Sendern reinzukommen, weil wenn ich bei den Sendern rein will, muss ich halt eine Produktion verweisen, die auch Filmförderung, also ich muss den Weg gehen, diese ganzen Geschichten. Also der Hintergrund der Frage ist, wer ist mit Streamingdiensten, also Streamplattformen, die so nach und nach immer mehr kommen, und ich meine, Netflix ist ja auch schon sehr etabliert, aber es kommen ja immer mehr, wäre das natürlich vielleicht nicht so ein großer Vermarktungsweg und nicht so ein A-Vermarktungsweg, wie jetzt natürlich eine öffentlich-rechtliche Auswertung, aber wäre das nicht auch eine Möglichkeit für viele Filmemacher und haben dadurch nicht mehr Filmemacher die Chance, mit ihrem Projekt da reinzukommen in solche, in eine Wahrnehmung? Es geht nur die Wahrnehmung hauptsächlich, ne? Du weißt halt nicht, wie viele Menschen das dann schauen. Das ist ein bisschen das Problem. Also natürlich ist Netflix für viele attraktiv, klar. Aber erstens mal machen viele Filme immer noch fürs Kino, für die große Leinwand. Klar, jede zusätzliche Plattform, deswegen ist auch Fernsehen weiterhin ein absolutes Kriterium, da werden die Filme von vielen Menschen gesehen. Allerdings muss man sich halt fragen, wie nebenbei will man es denn haben? Also nirgendwo sonst, wie im dunklen Raum mit hoffentlich vielen anderen Menschen, kannst du dich so auf etwas einlassen, auf diese andere Welt. Das ist halt online nicht so gegeben. Und ja, natürlich, es gibt auch spezielle Formate fürs Netz. Webserien in verschiedensten Längen, auch gerade die Kurzformate sind zum Beispiel super. Da gibt es sogar eigene Festivals, ist vielleicht auch nochmal ein schöner Gesprächspartner für euch. Die Seriale in Gießen, die sind inzwischen eines von, ich glaube, 15 Festivals weltweit, die so als die etabliertesten in diesem Formatebereich angesehen sind und so eine eigene Weltmeisterschaft sozusagen für dieses Format hervorgerufen haben. Das ist natürlich was Besonderes, das funktioniert auch nur so. Aber ich glaube, der klassische Kinofilm, da ist es wichtig, ich sage es immer wieder, Kino lebt von diesem gesellschaftlichen Aspekt. Ich habe mir jetzt, und jetzt rede ich mal gegen das Autokino, ich habe mir neulich mal was angeschaut, da musste man halt, da hätte ich das Lachen von anderen gebraucht, um mich wohlzufühlen, um in diesen Film reinzukommen. Das wäre im Kino vielleicht, hätte das geklappt. Aber im Auto habe ich halt nur meinen Beifahrer maximal und sonst höre ich nichts davon. Noch schlimmer, Comedy. Also schlecht gemachte Comedy, auch das habe ich jetzt im Autokino erlebt, das ist ja bitter, also für alle Beteiligten. Und das ist halt etwas, da merkt man es wieder. Der Mensch ist ein soziales Wesen, wir reagieren darauf, ich werde auch neugierig, wenn jemand anderes lacht, weint, sonst wie reagiert auf einen Film. Und das ist etwas, ja, das fehlt mir dann komplett. Ja, es ist, wie gesagt, eine schwierige Zeit, wenn das eben jetzt momentan nicht alles so funktioniert. Eine letzte Frage habe ich an dich. Was ist für dich Kreativität? Kreativität ist alles, was Dinge auf eine ungewöhnlichere Weise umsetzen lässt. Also Dinge anders machen, als man es erwarten würde. Und das ist tatsächlich auch etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, gerne auch mal neben den ausgelatschten Pfad zu gehen und zu gucken, was gibt es da. Zum Beispiel, klar, die Frage, was zeigst du in diesem Autokino? Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, wir haben jetzt Corona, wir haben alle zu Hause, also überlege ich mir, eine Urlaub-Zuhause-Reihe. Ich habe mir die verschiedensten Reiseziele rund um den Globus angeguckt, habe mir jeweils ein Reiseziel überlegt, den passenden Film dazu ausgewählt, eine Band aus dieser Region, die in Deutschland leben, ausgeguckt und daraus ein Gesamtereignis gemacht. Die Leute, die da hinkommen, kriegen von mir als Eintrittskarte einen Boardingpass für drei Stunden Kurzurlaub mit dem Auto um die Welt im Kino. Das ist genau so was, wo ich dann sage, hey, das ist halt auch stimmig. Und das wird auch eher angenommen, als wenn ich jetzt ein ganz normales Programm gemacht hätte. Oder dass ich, weil Autofilme im Autokino besser funktionieren, eine Filmreihe mit Autoklassikern gemacht habe jetzt. Und das wird genau das sein, was die Leute viel, viel mehr annehmen, was das Ganze auch abhebt. Ich hätte ja auch einfach das Festival so machen können, wie ich es geplant hatte. Aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Und man muss dann immer auch mal überlegen, ja, was kann man noch dazu machen? Wie kann man es vielleicht anders gestalten? Wie kann man es noch aufpeppen? Genau, Publikumsfragen. Ich werde ein Handy haben, die Leute können mir WhatsAppen, während ich da auf der Bühne stehe. Und ich werde entsprechend das mit einbauen. Ganz simpel. Um die Hemmschwelle niedrig zu halten. Wir haben da auch verschiedene Sachen durchüberlegt und ausprobiert. Zoom oder so. Man will nicht auf der Leinwand erscheinen. Aber dem Moderator eine WhatsApp zu schicken, das ist entspannt. Und so geht dann trotzdem der Austausch auch in so einer Zeit. Und ja, da freue ich mich wirklich drauf. Also Kreativität nicht nur auf der großen Leinwand, sondern vor allem auch hinter den Kulissen im Vorbereiten, in dem Ausdenken, im Planen, was kann man aus Situationen machen. Und natürlich die Euphorie immer mit dabei haben. Absolut. Ja, das Autokino Heimat Europa Filmfestspiele. Es ist 50 Minuten von Frankfurt entfernt. Ich möchte es nur noch mal sagen. Also es lohnt sich auch mal hinzufahren. Halt es ruhig noch mal in die Kamera, die Leute sollen das sehen. Es ist eine Gegend. Ich sage immer gerne die Toskana von Deutschland. Nur mit Windrädern. Noch unberührt weitgehend. Und es ist zum Beispiel Deutschlands schönste Hängeseilbrücke dort. Da fühlt man sich gleich wie in den Anden. Und es gibt so mittelalterliche Dörfchen, die noch fast untouristisch sind. Und also das neben dem ganzen Abendprogramm, das einen dann im Autokino erwartet, kann ich nur sagen, fahrt alle in den Hund zurück. Es lohnt sich. Ich hätte es schon noch nicht sagen können. Vielen Dank, Urs Spörri, an dieser Stelle. Und vielleicht sehen wir uns noch mal zu einer zweiten Session. Es gibt noch viel mehr andere Sachen zu berichten. Aber ich denke, für jetzt, für den Abend haben wir schon schöne viele Sachen erfahren. Und ja, das war Urs Spörri. Und wir sehen uns zur nächsten Sendung hier in der Halle 404. Bleiben Sie kreativ. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, macht's gut. Tschüss, macht's gut.